Der 1. FC Köln konnte dank einem 1-0-Auswärtssieg beim SV Darmstadt an eben jenen in der Tabelle vorbeiziehen und somit zumindest vorerst mal die Abstiegsplätze verlassen und in diesem Video zeige ich euch, wie es ihnen und Trainer Steffen Baumgart gelungen ist. Betrachten wir zunächst einmal Köln im eigenen Ballbesitz im hinteren bzw. mittleren Drittel und das hat eigentlich 90% der ersten Halbzeit ausgemacht. Köln hatte deutlich mehr Spielanteile, sie hatten den Ball, haben es versucht flach hinten raus aufzubauen. Gelungen ist es mehr oder weniger, man kam eigentlich kaum ins letzte Drittel in der ersten Halbzeit und so auch zu wenig Chancen, wenn dann Distanzschüsse und auf der anderen Seite bei Darmstadt hat man eigentlich fast nur lange Bälle gespielt. Ab und zu kam man auch mal nach vorne, konnte sich vielleicht kurz festsetzen, aber mehr als Distanzschüsse kamen dabei eben auch nicht raus. Köln also im klassischen 4-2-3-1, heute tatsächlich mit vier gelernten Innenverteidigern, also sowohl Rechtsverteidiger Kilian als auch Linksverteidiger Heinz sind ja eigentlich auch Innenverteidiger, also man könnte sagen eine defensive Herangehensweise, aber man hat es ja dann später auch umgestellt. Gut, dann hat es auch besser geklappt, unterstreicht vielleicht so ein bisschen, dass es mit dieser defensiven Herangehensweise nicht ganz optimal funktioniert hat, aber dazu kommen wir später. Zudem war eben Florian Kainz wieder mal ein Zweiter vorne auf der 10, wo er mir ja eigentlich deutlich besser gefällt. Auch wenn das heute nicht sein Spiel war, wurde er dann auch zur Halbzeit ausgewechselt und bis dahin war Köln eigentlich auch nicht wirklich im Spiel, auch wenn man deutlich mehr vom Ball hatte. Darmstadt hingegen spielte im 4-3-3 und hat es so auch zugestellt, wie wir jetzt hier sehen. Man hatte da größtenteils eine klar mannorientierte Zuordnung, also zum Beispiel die Außenverteidigern an den Flügeln von Köln. Das Dreiermittelfeld hat das gegnerische Dreiermittelfeld zugestellt. Dann hattest du eben als Plus-1-Absicherung die zwei Innenverteidiger, die gemeinsam immer an Selke waren, der somit aus Kölners Sicht aber auch immer zwei Gegenspieler gebunden hat. Dadurch war dann auch auf Kölner Seite tiefer immer einer frei, weil man es eben nicht mannorientiert komplett 1 gegen 1 zugestellt hat. Vorne hatte man nur drei zum Anlaufen gegen einen Viereraufbau von Köln. Dementsprechend war es eigentlich meistens so, dass immer der ballferne Außenverteidiger frei war, weil ballnah der Flügel eben den Außenverteidiger attackiert hat und die Dreierreihe dann eben meistens durchgeschoben hat. Da habe ich mir schon gedacht, es wird interessant zu sehen sein, wie Köln das im Laufe des Spiels nutzen wird. Aber tatsächlich hat es Baumgart dann anders gemacht. Er hat tatsächlich umgestellt. Wir haben hier das Bild in der 34. Minute. Unten sehen wir Baumgart eingeblendet. Er zeigt drei Finger nach oben in Richtung von Kilian, dass der eben einrücken soll zu einem Dreieraufbau. Also hier sehen wir noch das 4-2, das sie eben zunächst gespielt haben im Ballbesitz. Daraufhin verändert sich die Struktur mit Ball natürlich. Kilian rückt wie gesagt ein, somit hast du hinten einen Dreieraufbau. Heinz, der Linksverteidiger, eigentlich auch keine optimale Lösung für die linke Schiene. Schiebt aber eins nach vorne, ist dann links eben für die Breite zuständig, um da immer außen eine Anspielstation zu sein, aber auch den Gegner ein bisschen höher zu binden. Auf der anderen Seite war dann Thielmann der rechte Außenspieler, während Ljubicic von der Doppelsex auch eins vorgeschoben ist. Somit hatte man eigentlich nur noch einen 3-1-Aufbau mit Martell vor der Abwehr. Ljubicic dann eben eins höher. Ist natürlich riskanter dann in einem 3-1-5-1 im Ballbesitz. Selke dann ganz vorne als Zielspieler, der auch immer die gegnerische Abwehr weiterhin dann reindrücken sollte. Man sieht es glaube ich an den Bildern bis jetzt ganz gut. Gut, er steht meistens sogar ein bisschen tiefer wie die Innenverteidiger und hat er seinen Job eigentlich auch ganz gut gemacht. Und am Ende natürlich auch das Tor erzielt. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei der Umstellung. Die hat zunächst nicht ganz so gut funktioniert in der ersten Halbzeit noch. Waren dann ja auch nur noch so 10 Minuten, wo man das so praktiziert hat. War natürlich auch nicht das perfekte Personal dafür mit unter anderem Heinz auf der linken Schiene. Aber Baumgart hat dann eben darauf reagiert. Er war der Meinung, dass eben genau dieses System das Richtige war, um Darmstadt zu besiegen. Aber dass man eben das Personal auswechseln musste. Und deshalb tätigt er eben zur Halbzeit zwei Wechsel. Wir schauen es uns jetzt mal genauer an. Zunächst mal gegen den Ball war es weiterhin eine Viererkette. Aber wir sehen es schon ganz gut. Rechtsverteidiger war jetzt Thielmann. Waldschmidt kam für keins ins Spiel. Der hat aber ganz normal einfach seine Zehnerrolle übernommen hinter der Spitze. Andererseits kam Fingräfe für Kilian ins Spiel. Fingräfe war dann der linke Flügel. Meiner ist auf die rechte Seite. Und wie gerade gesagt war Thielmann dann der Rechtsverteidiger gegen den Ball. Im Ballbesitz hat es sich dann natürlich wieder verschoben. Wir sehen hier Thielmann rechts dann der Außenspieler, der die Breite hält. Links eben Fingräfe. Auch eine interessante Option aus der eigenen Jugend. Somit war dann Heinz der eingerückte Außenverteidiger, sag ich mal. Der dann eben den Dreieraufbau gebildet hat. Neben Chabot und Hübers, die weitergespielt haben. Was ihm dann doch deutlich besser liegt, wie jetzt links die Schiene rauf und runter zu rennen. Und Jubicic war ja vorhin im rechten Halbraum. Der war jetzt im linken Halbraum. Und beispielsweise ein paar Sekunden später in der Szene, die ich jetzt eingeblendet habe, hat man es dann auch gut verlagert. Meiner ist auf die andere Seite getribbelt. Und generell hat man so das Spiel schnell gemacht. Man war deutlich besser in den Halbräumen. Dadurch, dass du hier in dieser Struktur schon von Grund aus zwei Spieler im Halbraum hast. Aber auch die Halbraumverteidiger. Somit hat man eben Jubicic in die Tiefe schicken können. Der dann die erste wirklich richtig gute Chance im Spiel hatte. Grundsätzlich kam man so dann deutlich häufiger ins letzte Drittel. Also hat Darmstadt dann auch das Öfteren mal hinten reindrücken können. Und ja, man hat sich jetzt nicht krasse Hochkaräter rausgespielt. Aber allein der Fakt, dass man mehr Ballbesitz hat. Zumindest bis zur Führung. Danach jetzt nicht mehr unbedingt. Aber dass du eben Darmstadt dann im letzten Drittel hinten drin hattest. Im eigenen Ballbesitz erhöht halt deutlich die Wahrscheinlichkeit zu treffen. Und da holt man eben die ein oder andere Ecke raus. In dem Fall ist es natürlich ein bisschen glücklich, dass Selke die verwertet am Ende. Beziehungsweise wie der Ball zu ihm kommt. Aber man hat es gewissermaßen auch erzwungen. Weil einfach die Anpassung gut war. Man so deutlich besser in gefährlichere Räume kam. Unter anderem, wir sehen es auch hier, weil die Zuordnung der Darmstädter ein bisschen chaotisch war. Also man hat es halt eben genauso weiter verteidigt, wie auch in der ersten Halbzeit gegen das 4-2-3-1 im Ballbesitz. Und da verändern sich die Positionen halt schon so ein bisschen. In dem Fall sehen wir, der linksaußen ist eben der tiefste Spieler. Ist quasi wie ein Linksverteidiger hier. Und deckt eben Thielmann. Beziehungsweise schiebt auf ihn. Während der nominelle Linksverteidiger mit Holland in dem Fall auf den rechten Flügel. Der aber im Ballbesitz einrückt, in den rechten Halbraum mit Maina schiebt. Somit hast du da halt eine riesen Lücke zwischen dem linken Innenverteidiger und den Spielern links. In die dann eben ein Maina beispielsweise gut rein starten kann mit seinem Tempo. Hat er ja auch des öfteren gemacht. Unter anderem bei dem 2-0 von Luca Waldschmidt. Wo er aber einen Schritt zu schnell war und im Abseits stand. Aber das hat er auf jeden Fall gut funktioniert. So hat man Köln auch immer die nötige Zeit gegeben. Weil halt eben der Dreieraufbau nicht Mann zu Mann zugestellt wurde. Also man hätte es durchaus sogar gut über das komplette Feld 1 gegen 1 verteidigen können. Dann hätte man den Dreieraufbau zugestellt. Wäre aber hinten halt nur mit einem Mann gegen Selke gewesen. Was schon eine Gefahr darstellt. Aber ich glaube das Risiko hätte sich da mehr bewährt. Wie jetzt so mit dieser Struktur zu hantieren. Wodurch man dann halt schon gut auseinandergezogen wurde. Man hätte da auch einfach Anpassungen treffen können. Beispielsweise das Holland und der Linksaußen. Ich weiß gar nicht wer es in dem Moment noch war. Gegen den Ball halt eben tauschen. Aber so hat man sich selbst halt so ein bisschen in Gefahr gebracht. Und den Gegner stark gemacht. Was die Kölner aber auch definitiv taktisch erzwungen. Und dann auch genutzt haben. Klar war es jetzt keine übertrieben gute Leistung. Aber sie haben die drei Punkte geholt. Wie ich finde auch verdient. Auch wenn man sich über einen Unentschieden hier nicht unbedingt beschweren könnte. Aber für den FC war der Sieg auf jeden Fall extrem wichtig. Und es freut mich auf jeden Fall, dass hier die Mannschaft mit der klar besseren Spielanlage gewonnen hat. Und auch der attraktiveren. Aber das soll soweit gewesen sein zum Freitagabendspiel in der Bundesliga. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel oder meiner Analyse in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.